Ich bin hier kurz vor Lugano von Norden her kommend an einem Supercharger hier bei Monte Ceneri. Was mir heute gefällt ist, dass die Temperatur hier wunderschön warm ist und nördlich der Alpen ist es nur am Regnen und 10 Grad kühler. Aber dieser Supercharger hier ist ein bisschen komisch gelegen an einer Nebenstraße von der Autobahn. Es gibt da hinten nur eine Tankstelle, wo man ein bisschen was zu essen, zu trinken holen kann. Sehr großartig ist es nicht. Ich sehe hier ein Auto aus Norwegen, da werde ich mal den Fahrer interviewen. Wenn euch dieser Kanal gefällt und dieses Video, dann macht doch ein Like und abonniert den Kanal, das wäre noch besser. Und ihr könnt auch gerne Vorschläge machen unten in den Kommentaren, was euch gefällt und was euch nicht gefällt. Also, viel Spaß! Hallo! 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 Ich sehe, dass du dich gut ausfälligst für den Wetter und ich habe noch mein Kleid aus dem Norden. Ich sehe, dass du eine Norwegen-License-Plate hast. Ja, wir haben lange weit weg. Über die letzten paar Wochen. Du bist aus Norwegen? Ich bin aus Australien. Aha! Ich bin aus Norwegen. Ich bin aus Norwegen. Aber ich bin in Norwegen in den letzten Jahren. So, wie lange hast du diesen Model 3 gehabt? 1.5 Jahre. 1.5 Jahre. Und ist das die lange Zeit, die du hast? Ja, für sicher. Wir haben ein paar 1,000 Kilometer-Trips in ein paar Tage, in Norwegen. Aber es ist immer noch immer wieder. Aha! Ja! Und ... Und ... Und ... Und ... Superchargers, ja. Und es ist kein Problem all durch Europa. Es ist super einfach. Ich arbeite nicht für einen Tesla. Aber in Norwegen, es gibt so viele ... Ja! Es gibt so viele elektrische Autos. Warum hast du einen Tesla entschieden? Wir ... Wir wollten ... Wir wollten elektrische Autos. Und wir wollten eine Fahrt mit langen Fahrten. Und ... Wir wollten das Fahrt mit einem 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 Fahrt. Und mit dem ... Supercharging ... Ich finde es schwer, wenn ich nicht mehr so viel zu machen. Es ist ein sehr einfaches Fahrt. Wir haben keine Regulierung. Wir lieben die Fahrt. Wir lieben die Fahrt. Und dann, wir wollen die Fahrt mit dem Fahrt. Ja! Ja! Die Fahrt macht es so einfach für diese Fahrt. Ja! So, ... Du bist jetzt nach Nord? Ja! Ja! So, und ... Next stop, wir bleiben die Nacht in Switzerland. Und dann kommen wir zurück in Deutschland und zurück in Oslo über die nächsten paar Tage. Ah, gut. Vielen Dank. Du bist willkommen. Ich hoffe, dass diese Fahrten nicht zu viel Ruhe machen. Die Drohne kann ich leider nicht fliegen lassen, weil hier eine Flugverbotszone ist. Aber dann mache ich ein paar Aufnahmen hier auf Bodenhöhe. Hallo! Hallo! Ja, wir haben uns ja gerade unterhalten, dass das Verhalten am Supercharger immer ein bisschen anders ist. Ja. Also, stimmt es das in Deutschland? Also, in welcher Gegend kommen Sie? Ich komme aus München und ich fahre oft die Strecke nach Karlsruhe, also die A8. Und bin oft in Ulm oder in Leonberg am Supercharger und da steigen alle aus und unterhalten sich. Wirklich? Ja. Also, das ist mir hier noch nie passiert. Also, jedenfalls, die Leute unterhalten sich zwar nett, wenn man mit ihnen spricht, aber dass spontan ausgestiegen wird, um sich zu unterhalten, das habe ich... Also, ich habe den Tesla jetzt noch nicht so lange, drei Monate, aber immer, wenn ich da war, auch mit meiner Tochter, da wird man immer angesprochen und sagt, hallo, wo kommt ihr her, wo geht ihr hin, warum... Aha. Und wo geht's jetzt hin? Jetzt geht's an den Lagomaggiore. An den Lagomaggiore, ja. Zumindest ist das Wetter hier her schön. Ja. Also, gute Reise noch. Dankeschön. Und was für einen Tesla haben Sie? Was ist das für... Modell 3. Und zufrieden bisher? Super. Macht Spaß. Toll. Also, viel Spaß dann noch. Schöne Ferien. Danke Ihnen auch. Bis zum nächsten Mal.